hallo und herzlich willkommen auf unserem kanal duft liebe tats ich bin die nicole und ich bin unabhängige sensi beraterin heute spreche ich dich an ja genau dich du der dieses video anschaut warum schaust du unsere videos du verfolgst uns schon länger also wir haben auf jeden fall viele die uns lange folgen schon und sich wahrscheinlich auch denken mensch das was die kann das kann ich auch aber irgendwas fehlt noch immer so eine kleinigkeit so der kleine kick anreiz oder ich trau mich nicht wirklich oder was auch immer dich beschäftigt ja teils uns mit in dem persönlichen gespräch sag uns einfach was genau dich jetzt noch abhält davon auch bei sensi einzusteigen weil diesen monat im märz 2020 gibt es keine ausreden mehr das ist der beste monat überhaupt wenn ich nicht schon sensi berater wäre dann wäre das der monat in dem ich einsteigen wollen würde in dem ich sagen würde ja jetzt probiere ich das jetzt haue ich auf die kacke und zeigt allen dass ich es auch drauf habe sensi ist aktuell absolut im vormarsch es kennen schon sehr viele sensi aber noch nicht genug also wir sind noch nicht in alle ecken vorgedrungen mit sensi und ja unterstützung über unterstützung freuen wir uns natürlich auch immer heute zu diesem besonderen video habe ich auch heidi und orwell eingeladen ja die beiden sind jetzt seit ein paar wochen hier bei mir und ja erschrecken mich sehr oft manchmal wenn ich ins büro geht dann falle ich fast auf das schreck weil mich dann auf einmal jemand anschaut ja wer sind heidi und orwell heidi und orwell sind die ceos also die eigentümer von sensi ja die firma gibt es ja jetzt schon relativ lange seit 2004 in der usa und aber in deutschland erst seit 2011 das heißt ein bisschen jetzt aktuell ja im neunten jahr sensi und es könnten noch lang nicht alle leute sensi ja warum ich dir jetzt heute dieses video zeigt das ist einfach weil wir ein gigantisches kit haben dass du dir erarbeiten kannst ich zeige dir mal kurz was da alles so drin ist oder beziehungsweise was da so drauf steht das ist unser shooting star erweiterungs kit dass du dir gratis erarbeiten kannst in den anderen monaten ist es so dass das kit zu einem vergünstigten preis gekauft werden kann also wer in den ersten 14 tagen den umsatz von circa 750 euro macht der bekommt dieses kit gratis und in allen anderen monaten ist es so dass du dir dieses set zum vorteil preis von 283 euro kaufen kannst und es sind aber produkte im wert von weit über 400 euro drinnen ich glaube 425 euro produkt waren wert ist es und schau doch mal das bild an wenn es nicht toll die dieses set gratis zu erarbeiten so jetzt sieht muss ich habe es auch mal da hinten aufgebaut was da alles so drin ist und ja unsere ceos lassen sich immer wieder was einfallen um ja uns die möglichkeit zu geben dass wir dir das anbieten können ich zeige dir mal eben was alles in diesem tollen kit drin ist wir haben einen body clip ob es genau dieser body clip ist den ich dir jetzt zeige weiß ich nicht es kann durchaus auch variieren aber von der mengenangabe her ist auf jeden fall das drinnen und von den produkten was ich dir jetzt zeige dann sind zwei öle drinnen dann ist da drinnen unser neuer diffusor ein wäscheduft mit dem du die couch oder das bett oder was halt auch immer gut duften soll oder wieder aufgefrischt werden soll ein sprühen dann haben wir hier noch einen counter cleaner der ist auch total klasse mit dem habe ich schon einige pflegen weg bekommen die ich sonst nicht weg bekommen habe mit anderen mitteln dann haben wir hier noch eine handseife was ich jetzt nicht habe ein duschgel ist auch noch dabei handseife und duschgel dann haben wir hier einen sand circle einen sand pack also wie gesagt welche duftrichtungen das sind weiß ich nicht dann ist dabei eine mini duftlampe und noch eine mini duftlampe wir sind jetzt süß unsere hut dann hast du dabei sechs dürfte eine große duftlampe das ist jetzt die alabaster ich finde die auch mega hübsch ich mag die immer noch total gern diese plissee optik und dann haben wir noch dabei einen duftventilator mit zwei packungen potz also einen für die steckdose ja das ist jetzt so ich schwenke noch mal kurz drüber das ganze kit was du dir gratis erarbeiten kannst ist dieses kit nicht der absolute wahnsinn lohnt sich es nicht für so ein kit einzusteigen und ja zu schauen dass man 750 bis 800 euro umsatz zusammen bringt und ich spinne jetzt mal noch ein bisschen weiter wenn du die 750 euro sprich 500 pav ich spreche jetzt weiterhin von 500 pav wenn du dir diese 500 pav erarbeitet hast dann hast du ja auch schon wieder geld verdient ich habe es einmal ausgerechnet am anfang bekommt mehr 20 prozent provision und ab 1000 pav hat man sich dann quasi die zertifizierung erarbeitet und von da an bekommt man immer 25 prozent auf seinen eigenen umsatz und du hast mit diesen 20 prozent die du auf diese 500 pav verdienst hast hast du 119 euro an provision erwirtschaftet und die 119 euro decken ja die kosten mit deinem starter kit weg punkt starter kit das ist ja dann quasi dieses zweite kit oder das erste kit das kostet 99 euro plus 7 euro versandkosten und da sind ganz viele sachen drin da ist ein duft tester set drin da ist eine duftlampe drin und ein paar und die drei produkte zusammen wären schon der setpreis von 99 euro ja und jetzt gibt es ja noch ganz viele produkte die du da oben drauf bekommst kataloge bestellt zettel infomaterial dann bekommst du noch so kleine filzteile um wachsproben machen zu können es ist auch glaube ich wachsproben sind dabei also wäscheduft also es ist wirklich wenn du dieses set hast mit diesem set kannst du starten und kannst den leuten zeigen was du mit sensi zu bieten hast die 99 euro die hast du dann natürlich wenn du 500 pav gemacht hast wieder reingearbeitet und dann schau dir mal dieses set an du hast dann jede menge produkte mit denen du in dein business starten kannst du kannst du kannst dir dann überlegen mache ich das business weiter möchte ich sensi beraterin werden hat mir das so viel spaß gemacht sich das gern weiter mit menschen teilen möchte oder möchte ich die sachen einfach nur für mich erarbeiten dass ich mir halt einfach ein schönes großes produktpaket erarbeitet habe es jeder dann noch weiter am anfang gibt es noch ganz viele sachen zu verdienen man kann sich dann noch eine duftlampe erarbeiten man kann sich noch warngutschriften erarbeiten in den ersten 70 tagen dann haben wir aktuell eine incentive am laufen wo man sich auch wieder punkte für die nächste incentive also für eine reise erarbeiten kann jetzt kann man sich wieder eine tolle duftlampe erarbeiten man kann sich kofferset erarbeiten also alles mögliche das ist echt der absolute wahnsinn was da momentan am start ist aber das wäre jetzt einfach viel zu viel um das hier zu erklären es würde einfach den rahmen sprengen solche sachen kann man dann im persönlichen gespräch entweder am telefon oder wir treffen uns einmal auf einen kaffee wenn du hier aus der nähe bist wir unterstützen dich auch in deinem vorhaben wir bieten an startpartys zu machen wenn du ungefähr im umkreis so von 150 kilometer von uns bist wir unterstützen dich in form unserer facebook gruppe wir haben eine whatsapp gruppe also es gibt ganz ganz viele möglichkeiten du bist nicht alleine wir haben mittlerweile fünfeinhalb jahre erfahrung in dem geschäft und teilen das natürlich gerne mit all unseren teammitgliedern ja wohnst du jetzt nicht bei uns in der nähe ist es auch nicht so schlimm wir können dir zum beispiel eine basket party zu schicken mit der du dann bestellungen haben kannst anmelden müssen wir dich allerdings bis zum 31 dritten 2020 damit das mit dem kit funktioniert du hast dann quasi noch zeit bis mitte april als wenn du dich am 31 anmeldest dann müsstest du bis zum 13 april deine 750 bis 800 euro umsatz gemacht haben aber wenn du vorher von uns eine basket party hast dann ist das ja wesentlich einfacher und wir haben noch zwei dich anzumelden also überlegt nicht zu lange wir freuen uns auf jeden fall wenn du dich meldest und wenn ihr dir die chance geben können in dein eigenes geschäft zu starten ja unsere sensi geschichte ist jetzt auch nicht die geschichte dass wir gleich von anfang an durch gestartet sind sondern es ist einfach so gewesen wir haben uns damals das starter kit geholt was damals wirklich noch noch nicht so umfangreich war wie heute haben auch damals die 99 euro bezahlt und haben uns das an und für sich geholt weil wir gesagt haben wir wollen das mal testen wir wollen jetzt sonst nicht einfach irgendwelche dürfte bestellen und da quasi die katze im sack kaufen wir wollen alles durch schnuppern und wir können dann ja die ganzen testen rauskratzen und die duftlampe eingeben und dann haben wir für lange zeit einfach ein paar dürfte und dann können wir uns immer wieder bestellen was man haben möchten dann halt eben über einen berater oder so ja gesagt getan das paket kam an wir waren total begeistert wir wollten das mit gott und der welt teilen weil die dürfte die haben uns so geflasht ich sage ja immer unsere dürfte haben eine seele das ist nicht einfach nur so sei ein duft sondern das ist mit seele und die parfümeure man merkt es richtig die geben sich da richtig mühe und ja es ist halt einfach eine ganz tolle sache und die begeisterung war von der ersten sekunde an da ich habe dann einfach mein starter kit bei facebook geteilt und dann kamen schon die ersten und haben gesagt mensch zeigt mir das doch mal ich möchte das ausprobieren ich war dann am anfang ganz viel bei einzelgesprächen habe es den leuten einzeln vorgestellt hatte meine duftlampe ich hätte wirklich nur eine duftlampe nennt buddy und die dürfte und einen oder zwei zwei duftbars hatte ich damals und bin dann zu den leuten gegangen die das interessiert hat und habe es ihnen gezeigt und haben meine ersten bestellungen so zusammen gesammelt ich habe damals den shootings da geschafft in den ersten 14 tagen da gibt es dann auch so ein kleines anhängerchen da war ich total stolz drauf und ja dann ging es weiter wir haben das dann so ein bisschen dahin plätschern lassen und irgendwann hat es dann klick macht und wir haben gesagt mensch da können wir uns echt was aufbauen es entsteht hier was ganz ganz tolles ja mittlerweile haben wir den titel direktor mit unserem team erarbeitet worauf man richtig richtig stolz sind wir haben aktuell schon ein sehr großes team welches wir unterstützen und ja müssen einfach ganz stolz auf unsere leute und auf das ganze was da entstanden ist wir lieben sensi und ja die tätigkeit ist es für mich ja was ganz besonderes und auf gar keinen fall mit einem normalen job zu vergleichen ich freue mich auf jeden fall riesig wenn du dich meldest und die herausforderung annimmst ja such einfach gerne das persönliche gespräch zu mir und dann klären wir alles weitere wie man dann weiter verfahren wollen aber ich sag's dir ganz ehrlich ich würde mir dieses angebot nicht entgehen lassen na gut ich freue mich habe eine schöne zeit wir sehen uns bald wieder ciao